Das Brainlight Komplettsystem mit Massagesessel Sphere und dem Synchro Pro kann sehr einfach von Ihnen selbst zu Hause aufgebaut und angeschlossen werden. Die Spedition liefert das Paket bis vor Ihre Haustür. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie beim Hereintragen und beim Aufbau zu zweit sind. Nutzen Sie zum Tragen die sich am Paket befindenden Tragegriffe. Beachten Sie außerdem, dass die Türbreite mindestens 80 cm betragen muss. Platzieren Sie das Paket im besten Fall gleich dort, wo der Massagesessel später stehen soll. Entfernen Sie zuerst die Kartonage und die Plastikverpackung. Halten Sie das Fußteil fest und klappen Sie es vorsichtig nach unten. Bei der Anlieferung ist die Auflagematte nach oben geklappt. Ziehen Sie zuerst die Schutzbändchen der Klebstreifen ab, legen dann die Matte mittig nach unten auf den Sitz und fixieren Sie dort. Schließen Sie jetzt noch den Reißverschluss im vorderen Sitzbereich. Auf der Sitzfläche liegt ein Päckchen. Dieses enthält das Bedienpanel, das in die dafür vorgesehene Halterung auf dem linken Seitenteil gelegt wird. Einlegepads, die bei Bedarf in den Fußbereich eingelegt werden können, um die Intensität der Fußsohlenmassage zu verringern. Eine Tasche für die BrainLight Visualisierungsbrille, die per Klettverschluss am rechten Seitenteil angebracht wird. Und zwei Kabel, das Netzkabel und das Verbindungskabel zum BrainLight Synchro Pro. Die Anschlüsse für diese beiden Kabel sowie der Ein-Ausschalter des Sessels befinden sich an der Rückseite des Sesselsoppels. Stecken Sie die beiden Kabelstecker in die jeweils vorgesehene Buchse. Den Netzstecker können Sie wie gewöhnlich mit der Steckdose verbinden. Das zweite Kabel führen Sie zu Ihrem BrainLight Synchro Pro. Die Symbole auf der Unterseite der Pyramide geben Ihnen Hilfestellung beim Anschluss der Kabel. Stecken Sie das Kabel der Visualisierungsbrille in die mit dem Brillensymbol markierte Buchse. Das Verbindungskabel des Sessels stecken Sie in die mit dem Sesselsymbol markierte Buchse. Genauso verfahren Sie mit dem Kopfhörer. Stecken Sie das Kabel in die mit dem Kopfhörer-Symbol markierte Buchse. Zuletzt verbinden Sie den Synchro Pro über das Netzkabel mit der Steckdose. Ihr Synchro Pro schaltet sich automatisch ein und ist sofort einsatzbereit. Bitte beachten Sie, der Massagesessel Sphere ist zwar extrem plattsparend, aber um während des Massageprogramms ohne Behinderung zurückfahren zu können, halten Sie vor dem Sessel bitte einen Abstand von 35 cm und hinter dem Sessel einen Abstand von 5 cm ein. Wenn Sie den Sessel anschließend doch noch bewegen wollen, entfernen Sie die beiden Anschlüsse und kippen Sie den Sessel. Auf den hinteren Transportrollen können Sie den Sessel zum gewünschten Platz fahren. BrainLight wünscht Ihnen viele Entspannungsmomente mit Ihrem neuen Synchro Pro Sphere. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.brainlight.de